Und wir sind noch immer im Interalpen in Telps beim CEO-Cogest West. Ich habe den Martin von der Raiffeisen Informatik und den Human von Juniper. Lieber Martin, Raiffeisen Informatik und Juniper, was haben die gemeinsam oder was habt ihr zu tun? Wo hat uns die Juniper sehr geholfen und unterstützt? Wir haben zwar große Herausforderungen in den letzten Jahren, neue Data Center Infrastruktur, Schwerpunkt natürlich auf Automatisierung und ein riesengroßes SD-WAN-Rollout bei uns, in unseren Banken und da war die Juniper mehr als hilfreich und hat uns extrem gut supportet. Human, also dazu was zu ergänzen? Ja, es geht bei uns alles um Customer Experience. Das ist zu halten und dorthin bewegen wir uns auch. Okay, also Schlagwörter, Customer Experience, haben wir heute schon gehört bei den Vorträgen. Dazu mal eine Frage, Tag 1 von 2 ist fast vorüber. Was habt ihr mitgenommen, was sind eure Key-Taker-Alles? Gut, ich möchte vielleicht beginnen, es sind vier große Schlagwörter. Es ist das Thema Nachhaltigkeit, das auch uns als Data Center Provider sozusagen beschäftigt. Es ist das Thema Digitalisierung, es ist das Thema Hybrid und es ist das Thema den War of Talent. Und die Themen werden über sehr, sehr viele unterschiedliche Branchen hier sehr, sehr gut dargestellt. Bei uns geht es immer um Optimieren und Automatisieren. Das sind unsere Schlagwörter. Gut, ich sage echt herzlichen Dank und gehe zurück ins Studio. Dankeschön.